Ubisoft, wie wärs damit mit einer Mechanik, die automatisch erkennt, wenn ein Mitspieler versucht, den Kopf anzuversieren vom eigenen Mitspieler, dass der dann direkt rausgeschmissen wird. Das wär doch fein, oder? Aber erst einmal hallo derseits und willkommen zurück bei Raymo 6 Siege. Schon wieder Bombe hier oben. Wieder ein paar Anzimmer. Ne, kleine, man kann zur Lade abziehen. Ne, dann können sie ja durch. Gerade die, muss zu. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Die Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Es bleiben noch zehn Sekunden. Fünf Sekunden noch. Morgen im Ausfall. Ich wette den Gruppenswatter ein. Bombe vom Gegner entdeckt. Willkommenswatter eingesetzt. Stattdaten in Position. einer mein fenster gelber pink böse zum Glück ist die Lücke zugeblieben sag mal Schocktonne kaputt die am Tisch schockt Magazin wird geladen schockt 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 und Klaus noch her ach komm ja alle sind geländer na klar oh mann am jürgen schockt komm nicht Nein! Wie kann man nur vier Punkte kriegen? IQ macht glaube ich... Achso, wir. Hm. Bei uns... Vielleicht Minuspunkte? Oder hat sich den Detektor von IQ geschnappt? Die Bomben schützen. Lass weitergehen. Böses Auge herangesetzt. Die Stabenkomme entdeckt, verteidigt sie. Ich klemme meine Begleitheit! Sollen Sie willkommen, die Böse haben wir ihn gedrackt. In Brechenplanen. Zugang schwerer scharf gemacht. Abstand! Ich lade nach! Böse! 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 Nur noch zehn Sekunden. Es bleiben fünf Sekunden. Böse! Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Böse! 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 Oh, nachher in den Fenstern. Ich grapche mal. Ich krapfe nochmal Ich hätte ich Bein umgebracht Wenn es durch drei Wände geht Nur noch ein Gegner übrig Zwitsch in der Garage Zwitsch in der Garage Na ja, das wollte ich auch gerade machen Flitsch in der Garage Ah, das liegt. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen eine Bombe aufspüren. Empfang sauber. Oben. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Die haben Kamerafrau. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Oh nein, sie fährt immer drunter. Pff. Zehn Sekunden. Einsatz in fünf Sekunden. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Oh, Klavier. Was machst du? Er hat auf mich geschossen vom Klavier, der Gegner. Da war gerade IQ dazwischen. Franzose mag das Risiko. Scheiße. Scheiße. Scheiße, Kamera vor bei mir draußen. Bleib mal ruhig. Ich verspinde. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Entschärfer ist jetzt gesichert. Das ist der verbleibende Gegner. Entschärfer ist online und aktiviert. Entdeckt. Ja, gegenseitig. Pfff. Ne, schlecht. So, ich suche mal wieder IQ. Bravieren ich. Kamerafrau habe ich dabei nicht getroffen. Gehen angeblich alles ins Geländer. Zwei in der... Eine... Eine Verteidigerrunde gewirpscht? Zwei. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Empfangen. Ah, zu weit. Stehen zu weit vorne einmal. Die ersten werden erschossen. Was schaffe ich bei IQ? Zehn Sekunden bis Einsatz. Einsatz in fünf Sekunden. Und jetzt haben wir, glaube ich, alle Respekt hier vor dem Spawn. Höhö. Winhasse. Wann ist das gar nicht im Sekunden? Wann ist das gar nicht im Moment machen? Genau in dem Moment kommt er wieder raus. Kamerafrau hat ja den Kamera. Dem Kamerafrau. Hell eingesetzt. Ich kann wieder durch das Grün markieren. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Der Echo war da. Ich habe wieder nichts zu treffen. Man sieht nur, wenn man markiert. Da hinten. Eigener Druck neutralisiert. Kamerafrau hat gerade in der Kamera hinterm Tisch geguckt, sich rein, als ich sie bete. Meinst du beim Empfang da auf der Luke liegend? Nee, die saß ganz oben, wo eigentlich die eine Bombe drinne wäre, wo der ungepfiffte Tisch ist. Wo der Entschärfters mit dem Bomben liegt. Wo sie ja aus dem Balkon gesprungen ist. Saß sie hinterm Tisch und war in der Kamera drin. Hast du gemessert? Ja. Mir zu gefährlich ist. Bei meinem Glück nicht. Da schmeißt sie noch C4 während des Kameraguckens. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Meist C4, dreht sich um und messert mich nicht. Zündet dann als C4. Das war ein beknackter Kameraspaar. Da haben wir eine Bombe lokalisiert. Komplettkeller. jab, ja. Gute Hej. Gute Hej. Guten Tag. Guten Tag. Fünf Sekunden bis Einsatz. Bau ab. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Alterne, gib mir Schutz. Entschärfer ist jetzt gesichert. Katja ist schon wieder offen. Wo ist offen? Bei mir hier die Seite wieder. Klavier. Nein, scheiße, warum mache ich denn das? Nicht gut. Ja, da wo man es sehen kann, bringt ja das Ding an. Nein. 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 Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Immerhin steht die Drohne nicht so schlecht. Nur noch ein Gegner übrig. Entschärfer wurde erneut gesichert. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Also was ich vorhin gemeint habe, je länger ein Mitspieler den Kopf eines Mitspielers anvisiert und auch schießt, aber daneben schießt, desto eher sollte die Wahrscheinlichkeit steigen, dass er direkt rausfliegt, wenn er den Teamkollegen umbringt. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ubisoft macht mal. Ubisoft hat so viel zu tun. Andere haben bestimmt auch noch ganz andere Wünsche. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss, tschüss. Gott. Erstmal. Wie es hier hat? Wielf.